Musik 2023 Kalenderwoche 30 Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder, sie geben das Empfangene zehnfach zurück. August von Kotzebue Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur. Max Frisch Charakter ist vollständig gebildeter Wille. Novalis Es gibt Tage, da brauchen wir ganz dringend schöne Gedanken, um mit der Wirklichkeit fertig zu werden. Lieblingsmensch Das Glück läuft niemandem nach. Man muss es aufsuchen. Adolf Kolping Das Leben ist ein einmaliges Angebot, nutze es gut. Unbekannt Dem Menschen einen Glauben schenken, heißt, seine Kraft verzehnfachen. Gustave Le Bon Das Leben ist ein bisschen mehr, förbundet geht nach ihm. Letztes Das Leben ist ein bisschen mehr, man muss es sich passarchen. Vermut Der Untertitelung des ZDF, 2020